Herzlich Willkommen, das ist sie, die 500-Gas-Gabel-Pan. Was gibt es Neues? Ich freue mich ganz riesig auf mein Ratteteam. Michael Nervalani, Ulrike Feinpold, Thomas Stipschitz, Eva Marold und Victor Gernot. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Wir sollen noch da sein. Michael Nervalani hat nach langer Zeit auch wieder den Weg ins Studio gefunden. Aber ich bin ein bisschen verkühlt. Apistol? Ja, sehr verkühlt. Wir haben dich mit der Rettung einliefern lassen. Schön, dass du trotz. Ich habe gestern einen Arzt rufen müssen. Ja. Das rechte Nasenloch. Ja, geht scheiß. Es war wirklich schlimm. Das rechte Nasenloch war fast ganz zu. Ich habe fast keine Stimme, was aber nichts macht. Wirklich? Ich höre aber gar nicht. Nein. Du kannst deine Antworten auch pantomimisch übermitteln. Heute gehen ganz viele Dankeschöns raus. Hier an Sie im Saal, an unsere Zuseherinnen und Zuseher. Weil den Erfolg dieser Sendung macht natürlich in erster Linie mein hervorragendes Ratteteam. Und ihr seid heute stellvertretend. Für alle Kolleginnen und Kollegen seid ihr heute zufällig ausgewählt worden. Ihr habt diese Sendung 500 Folgen lang zu dem gemacht, was wir in der heimischen TV-Landschaft nun sein dürfen. Danke an dieser Stelle. Danke auch hier an das Saalpublikum. Stellvertretend für Sie zuhause, die uns Woche für Woche mit hervorragenden Einschaltquoten belohnen. Danke schön, dass wir so sein dürfen, wo wir sind und Sie uns herannehmen. Und? Pass auf. Ja. Pass auf. Danke an Oliver Bayer. Ja. Ist okay. Danke. Danke schön. Danke. Aber. Danke. Danke, danke, Oliver. Bitte, bitte. Aber weißt du, ich hab mich heute sehr gefreut. Ich hab vorhin mit dem ORF-Redakteur gesprochen, der fragte, warum bin denn ich dabei? Ich bin ja nicht von Anfang an mit im Ratteteam. Und er hat gesagt, du vertrittst halt die Jungen. Ja. 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 Wir haben nur die Oldies-Genera... Nein, nicht Oldies. Aber du bist wirklich... Wie alt bist du? 35. Ich weiß, ich schau öter aus. Aber wirklich... Ja, vor allem das Gelb vom Anzug machte. Ja. Egal. Mein Hustauswurf ist ungefähr so gelb. Und glitzert. Natürlich. Sehr festlicher Auswurf zum Beispiel. Glitzert natürlich. Sehr fest Auswurf. Aber man muss sich vorstellen, wir haben ja so tolle Quoten. Wir haben im Schnitt über 300.000 Zuseher. Das mal 500. Das heißt, wir haben alleine 80 Millionen Österreicherinnen und Österreicher gehabt, die unsere Sendung gesehen haben in den letzten 15 Jahren. Und wie jeder weiß, 80 Millionen ist ja die Bevölkerungszahl des Burgenlands. Das finde ich toll. 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 Bravo. Ich meine, wir sind noch nicht einmal bei der ersten Frage. Wir sind schon zu spät dran. Ganz kurz, falls dich interessiert. Es sind grobe Schätzungen, aber es kommt ungefähr hin. Wir haben 200.000 Mails mit Fragevorschlägen bekommen in den letzten 15 Jahren. Bald eine halbe Million Fragen sind in unserem Postfach gelandet. Und über 3.000 davon habe ich in den letzten 15 Jahren gestellt. Es sind 15 Jahre, die nicht ganz spurlos an unserer Sendung vorübergegangen sind. Und vor allem, muss ich ehrlich sagen, auch nicht an uns. Glaubt ihr mir es nicht, bitte. Dann schauen wir uns das mal an. Oje. Guten Abend. Herzlich Willkommen. Was gibt es, Herr Neues? Ja, diese Frage wollen wir uns ab jetzt wöchentlich stellen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich glaube, es geht euch gut. Ihr seht jetzt alle blendend aus. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass ihr den Weg ins Studio gefunden habt. Dass wir uns zusammengefunden haben in trauter Runde. Ihr werdet es nicht glauben. Was gibt es Neues ist 50 Folgen aufgelöst. Was ist, wenn wir wirklich mehr als 150 Sendungen schaffen? Was ist, wenn wir wirklich 150 Jahre schaffen? Wie schaut's ihr dann aus? Ich schau so aus wie ich. Das ist sie, die Jubiläumsausgabe von Was gibt es Neues? 250 Folgen. Was gibt es Neues? 300 Folgen. Was gibt es Neues? Unglaublich, oder? Ja. Und man muss Michael Gervarani natürlich recht geben. Er schaut immer noch so aus. Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wir machen heute hauptsächlich Fragen aus früheren Sendungen. Nein. Ja, ja, ja. Von den 3.000 weiß man auch, wie viele wir richtig beantwortet haben. Nein. Sind es mehr als vier? Ich weiß nicht immer. Wir werden die Statistik nachher befragen. Sendung Nummer 50. Das war im November 2005. Bitte schön. Da ist das Gruppenfoto von nach der Sendung. Da war ich nicht dabei. Nia war dabei. Die Sigrid. Der Viktor war dabei. Sigrid. Das ist die Sigrid des Hauses. Die Sigrid, oder? Ja, Sigrid. Gut. Und da haben wir eine Frage gestellt. Begrüchte ich des Dankes anlässlich des Jubiläums der offiziellen Schutzpatronin des Fernsehens. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr euch noch erinnert. Das war die Heilige Clara von Assisi. Und sie wurde 1958 von Papst Pius XII. zur Schutzheiligen des Fernsehens ernannt. Und ich wollte damals von euch wissen und ich will es heute von euch wissen. Warum? Also Nia und Viktor müssen ... Weil die Kathi Zechner keine Zeit gehabt. Das gab's auch noch. Was gibt es neues Best of DVDs? Die hab ich alle zu Hause. Die hab ich alle daheim. Geht's oder soll ich dir, alter Mann, die Clara von Assisi? Die Clara von Assisi, ja. Das ist eine Verwandtschaft zum Franz. Der Franz war ja gut zu den Vögeln. Genau. Und die Clara? Ja. Danke, wirklich. Ich hab da nix gesagt. Die Wurflaut lässt nach. Ja, jetzt wär ich halt. Ja. Wann ich nimmer mehr umgetriften. Und du bist sicher, dass du uns diese Frage schon einmal gestimmt hast? Ja, du hast ja das Foto. Das war ein Beweisfoto. Warst du dabei? Warst du dabei? Oder ist das nicht? Verdammt, die Clara. Für November 2005. Ich kann zu meiner Entschuldigung sagen, die Clara hat sich schon lange nicht mehr bei mir und bei mir gemeldet. Die ruft nicht an, gell? Nein, mich hat sie auch nicht angerufen. Sie lebt ja in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vielleicht liegt's daran. Aber die Schutzpatronin des Fernsehens heißt ja, es schützt das Fernsehen, nicht die Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen. Sonst hätte man sagen können. Die schützt nur das Abdrehen. Sonst hätte man sagen können, sie ist da, um die Strahlung abzuhalten. Aber sie ist ja die Schutzpatronin des Fernsehens. Des Inhalts. Ja. Des Inhalts oder des Apparates? Nein, dass's dem Fernsehen gut geht. Das ist so wie der ... Weil der Clara ist es damals nicht besonders gut gegangen, wenn man sich so anguckt. Schaut nicht so fröhlich aus. Und ich glaub, sie hat ja ein bisschen geschehen. Vielleicht war sie da deswegen die Patronin des bewegten Bildes. Weil sie immer alles doppelt gesehen hat. Ja. Das ist ein Partyhütchen. Ah! Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh! Vielleicht sollte sie dafür da sein, dass keine bösen Bilder gesendet werden. Dass nur Schönes über den Fernseher flattert. Ja. Du, wir reden nicht darum ... Hattest du mal schön versorgt. Eben. Wir reden aber nicht darüber, was die Aufgabe der Schutzpatronin ist. Und warum er das gemacht hat. Weil man ihn darum gebeten hat. Sehr gut. Ja. Es kam eine Delegation vom ORF. Ja. 1958. Hadimard Bankhofer. Jocki Kirschner. Jocki Kirschner. Jocki Kirschner. Dady Podkorski. Dady Podkorski. Dady Podkorski! Dady Podkorski! Dady Podkorski! Dady Podkorski. Dady Podkorski! Dady Podkorski. Und ein kleines Kind war auch dabei. Aus Kärnten. Und später später die Millionen schon moderieren. Sie haben sich aber schon mitgenommen. Der kleine Bubige ins Fernsehen gibt's bei uns noch nicht. Aber schon mal 1958 hat es in Amerika schon sehr viel Fernsehen gegeben, bei uns wenig. Bist du verkühlt? Nein, ich bin einfach nur ein geiles Saar. Aber was? Wir machen es ganz schnell. Stell vielleicht mir alle Fragen jetzt, weil in fünf Minuten kann ich gar nichts mehr sagen. Was saufst du also für einen Vortag? So ging ich nämlich. Vielleicht haben die immer Störbildkarten im Vatikan. Der wollte Fernsehschau im Vatikan, der Papst. Und die haben kein gescheites Bütt. Da hat er dann gefehlt. Wer kann denn die Antenne einstellen? Der Vatikan. Der Vatikan. Der Vatikan. Der Vatikan. Der Vatikan. Perpeschlangen. 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 Sehr gut. Nein, die Clara von Assisi hatte bestimmte Fähigkeiten. Nämlich hatte sie angeblich, angeblich. Im 13. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert hatte sie Visionen. Sie konnte Scheiße in Gold verwandeln. Nein, sie besaß die Fähigkeit Dinge zu sehen, wenn du Visionen hast, siehst du Dinge die ganz woanders stattfinden. Die reden von mir. Nein, sie konnte fernsehen und deshalb ist der Bius der Zwölfte auf die Idee gekommen, na Moment, wenn eine fernsehen kann, ist sie doch die ideale Schutzpatronin für das Fernsehen. Jetzt weiß ich's wieder. Ja. Die konnte fernsehen. Klingt das? Aber du hättest statt der Bius ein Fernglas nehmen können. Wär weniger Aufwand gewesen. Das Fernglas ist der Schutzpatron? Ja, weil du siehst ja auch fern. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Es war eine Chance, aber es war eine Ergung. Genau deshalb bleiben wir ja auf die jungen Generation. Wir wollen ja den Jungen auch eine Chance geben. Ich hab's nicht verdient, dass es gut ist. Macht nix, Mann, macht nix. Wir wollen auch den Jungen eine Chance geben, das Publikum zu langweil. Und man sieht, wie wir das auch oft getan haben. Dass wir 500 Sendungen lange auch geschafft haben. Und ich glaube, es ist wieder Zeit für einen Blick zurück für die langweiligsten Momente, die wir speziell ausgesucht haben aus 500 Folgen. Was gibt es Neues? Und lad ich singe, was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? So, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr erwachsene Menschen seid und dass ihr mit allen möglichen Fragen seriös... Ich würd grad sagen, wenn der solche Leute willst, dann lädt der solche Leute ein. Das war dann... Wir gehen rein! Wir gehen rein! Mach das schon! Weitere und Scherzen Das hält dich um bis auf ewig Wirkst du von außen auf schäbig Und alle singen Was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Sei gerade, was gibt es Neues? Ihr schaut's gut aus! Du auch! Ich bin Helfer. Ja, ich wär geil. Ich hab noch nie Beitrag genommen. Okay, das soll sich ändern. Ja, unbedingt. Tschüss! Tschüss! Die Sendung heißt Was gibt es neu? Ich bin hier der Moderator. Du engstelle Frank! Geht's mit dem Schmarrn zu Barbara Stöckler? Aber lass mit! Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träune. Wiederschau nicht. Lass mich da her! Ich mag nicht mehr. Ich schau mir das mal an. 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 Ich sag mir di shine like a door. Excuse mon monsieur, was ist het Problem? Was machen Sie? Er liegt um selebel. Ich muss ich redden. Wir haben hier ein Problem. Zwei? Ich liebe es hier zu sein. Das is сорチest du Peck! Oliver, ich mag das überhaupt nicht, wenn du da reinrätst. Was gibt es Neues? Wir singen, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Señare, was gibt es Neues? Der Boss ist Oliver Bayer. Rotlein, wenn du was polieren willst, bist du ehrerätig, okay? Der geht uns allen auf gut, nervt mich. Das ist Wasserpumpt. Du, einmal wie will, der Herr Bellen. Wo wir stellen uns die Fragen. Geht schon. Das war gut. Oliver, ich hab dich total lieb. Was gibt es Neues? Wir feiern, was gibt es Neues? Boäh, boäh, boäh. Was gibt es Neues? Call jeder, Wals gibt es Neues? vig es Neues? Was gibt es Neues? Unser, ein bisschen. Was gibt es Neues? Na ja, wals gibt es Neues? Wir haben ehrlich 15 Jahre lang miteinander Spaß gehabt. Beschämend. Weißt du, was ich so schön finde, wenn Leute mich manchmal an und sagen, ich schau euch eine Sendung so gern, weil ich hab so Gaudi bei die Deutschen ist immer so fad. Was ist der Unterschied? Und ich sag immer, die Deutschen wollen die Begriffe wirklich erraten. Ja. Das stimmt. Du hast den Rest. Vor ein paar Wochen war er großartig, aber der Guido Kanz war vor ein paar Wochen hier. Der hat sich wirklich bemüht. Du musst draufkommen hier. Ganz großer Fehler. Ja, ja. Kommen wir zurück vor genau 14 Jahren. Das war die Sendung Nummer 20. So, wer war damals dabei? Schauen wir mal. Nia, das ist die Ulli, der Witterseck, der Florian Schauer und der Victor Gerda. Und der Fesche, ja. Ja, pass auf. Da gibt's aber von dir noch ein anderes Foto. Schauen wir noch einmal. Der Schauer, der Victor. Schaut eh aus wie eh. Ja, du schaust immer noch gut aus. Oh ja. Vor 14 Jahren. Nur die Brille hast du eh. Du schaust halt jetzt aus wie nach der Pubertät. Wahnsinn. Der schaust auch gut aus. Nia, Victor und Ulli waren dabei. Eva, Thomas waren nicht dabei. Und die haben damals gefragt. Ist das ansteckend? Ja. Ich war damals gerade erst mit der Matura fertig. Wir haben gefragt, was ist eine Anbahnungsbanane? Oh ja. Ui, aha. Ich glaub, der Victor hat sie mir sogar gezeigt. Während der Show oder so. Das war aber irgendwas. Na, war das nicht irgendwas mit Handel? Mit Handel? Na, Import-Export? Nein. Nein, gar nicht. Aber wie oft hört man das bei einem Restaurant oder beim Flirt, dass man sagt, du, wennst man jetzt deine Anbahnungsbanane zeigt, zeig ich dir die Steckurken. Ja, die Jugend. Die Jugend. Die Nerven, Teufel. Die Anbahnungsbanane hättest ja du, wenn ich in der Anatomie richtig unterrichte. Naja, die Banane ist ja grum. Die Anbahnungsbanane ist, glaub ich, ein Weg gewesen. Ein Weg? Ja. Wenn irgendwas irgendwo hingeht, dass man nicht gerade geht, sondern man macht so eine Banane. Beim Film sagt man das manchmal auch. Geh eine Banane. Das hast du schon damals gesagt? Ja. Ich erinnere mich. Ja. 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 Zum Beispiel bei Darzan und Troms ist auch gesagt. Er geht in die Banane, Jean. Aber du weißt ... Greift die Banane, Jean. Genau das, was ich weiß. Ohhhh ... Daher? Daher kommt der Tarzan-Schrei. Der Tarzan-Schrei. Der Tarzan-Schrei, ja. Aber der weiß aber schon, warum der Tarzan Tarzan heißen muss und nicht Bumsti. Weil der kann ja nicht sagen, du, Jane, ich Bumsti. Übrigens, dieser Witz war schon vor 14 Jahren etwa 100 Jahre alt. Aber irgendwann wird's wieder moppeln. Es ist wie mit deiner Zarkost. Es ist so peinlich, ich hab keine Ahnung, was ich damals gezeigt habe. Kannst du nur einen kleinen Tipp? Der Tipp ist, es war schon einmal interessant. Im Fußball sagt man ja auch nicht, man an einer Flanke. Eine Banane. Also nicht gerade hin, sondern um einen Umweg. Wenn man dachte, das ist das Gurkerl im Fußball. Dann banahnte ich eine Flanke in den Strafrohm. Wenn man was anbahnen will, weil du gehst ja nicht ... Ja, wenn man was anbahnen will. Bei wem bahntst du jetzt? Ich möchte dir, das ist jetzt ein Klischee, Ausländer Drogen verkaufen. Ich sag's alles, bis es hat jetzt nichts zu tun. Jetzt geh ja nicht hin. Ich würde ja nicht hingehen und sag, hey du, was ist, willst du Drogen oder was? Nein, ich mach eine Anbahnungsbanane. Ich mach so ... Das ist überhaupt kein Klischee. Nein. Der Ausländer, der in den österreichischen Medien schaffen, Drogen verkaufen. So was hat es in Österreich noch nie gegeben. Was verkaufen persische Drogenhändler? Safran und Koriandrat? Pistazien. Da musst du durch die Nase. Aber bitte, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt gesehen, wie Fernsehen funktioniert. Oben Huy und den Pfui. Oben Staukien und den Schien. Wir allerdings haben Spitzenröckchen an. Oh, aber du hast ja gar nicht geschaut. Wir? Ja? Wir? Das ist auch schön. Ich höre dich an. Spitzenröckchen. Hohle Schuhe. Ich hab nämlich, als man im Kostüm zu mir sagte, magst du nicht den ganzen Anzug anziehen? Hab ich gesagt, nein, das unten sieht man eh nicht. Glaub, sich der auch. Ich trotz und bin aufgeschaut. Aber so eine schöne Jeanne, oder? Ja, super. Wunderbar. Anbahnungsbanane kommen wir noch drauf. Stichwort. Wir haben jetzt nicht recherchiert, ob's die Anbahnungsbanane heute noch gibt. Stichwort PSK. Post? Mhm. Spar. Ah, oja, oja, oja. Das ist da, wenn man steht, also ich mein nicht die Banane, sondern bei der Post. Und dann muss man ein bisschen weiter wegstehen, damit man die anderen... Damit der Brief nicht zu früh kommt. Was? Was? Wenn ich bei der Post bin, steh ich in einer Reihe, aber in keiner Banane. Aber sie magst du die Banane um. Ich weiß es, das ist die Anbahnungsbanane. Der Tisch? Das ist die Anbahnungsbanane. Ich hab's mir gemerkt. Ja, sie hat's wirklich gemerkt. Was hast du gemacht? Ich hab so, ich hab nen Sessel weggezogen, aber ich bin nicht reingefallen. Das ist richtig. Ich hab's gewohnt. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das sind die Tische, an denen die Finanzberater... Ach so, diese schirren Tische, ja. Die sind so gebogen und da haben die Finanzberater können so Kundengespräche führen. Pass auf, offizieller Jargon. Das ist also nicht nur irgendwie so ein kleiner Jargon unter Postbeamten, sondern das heißt offiziell aus dem Qualitätshandbuch der Finanzberater der BSK. Ich zitiere. Die Ablagetische, Anbahnungsbananen und Schreibtische haben stets aufgeräumt zu sein, reinige Privatsachen, Geschirr, Schuhe oder ähnliches. Das heißt wirklich Anbahnungsbanane. Wenn man austreten will, sagt man, Entschuldigung, wo ist denn die Austrittsmango? Wo ist denn die Austrittsmango? Na gut. Aber gibt's sicher nimmer. Es geht alles übers Internet heute. Könnte sein. Die Sendung war genau ein Jahr alt. Da hat sich dieses Ratteteam im Studio eingefunden. So, da wen haben wir denn da? Eva, da warst du schon. Du warst schon dabei. Thomas Maurer. Mega gerne wieder dabei. Und Eva, schau mal, war die echt die blonden Haare? Ja, gefärbt und so Extensions. Also nicht echt? Nein. Ja, okay. Glaub ich zumindest. Damals hab ich gefragt, wer oder was ist eine Sirupbande? Z.B. Meine Oma im Burgenland, die sind immer nach Ungarn rumgefahren, einkaufen am Markt. Die haben immer Kiwisirup für uns Kinder mitgebracht. Kiwi? Wie eine uralte ungarische Kulturpflanze ist. Kewe. Autokton, wie sie jetzt klären. Ja, das ist ja. Wir haben Kewe. Sirup. Die Sirupbande. Ich helf euch. Das ist die historische Ansicht von New York aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und da war sie tätig, die Sirupbande. Auch den Schiffen. Die Molasses Gang. Sie war eine Gruppe junger Leute, die damals in New York gewirkt hat. Ja? Also okay. Es ist nicht das Tierwesen. Und sie haben eben so wie Alkohol geschmuggelt oder als Sirup verkauft, haben sie halt am Schiff diesen Sirup. Ja, das war nämlich illegal damals. Das ist nur Zucker. Das hat nur mit Zucker zu tun. Nur der reine Zucker. Ja. Aber warum dann Sirupbande und nicht die Sugarband? Weil sie aus diesem Zuckerband, den haben sie gebraucht, um Sirup zu machen. Den haben sie gebraucht, um Rum zu machen. Um Alkohol zu machen. Ja, richtig. Wenn man zu viel Sirup hat, sollte man nicht zu viel Rum machen. Nein, aber das stimmt schon. Das stimmt, gell? Das sind wir. Wir sind am richtigen Weg. Überhaupt nicht. Die 17. Jahrhundert? Ja, das war die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Das war die 1870er Jahre. Die 1870er Jahre. Die Banken überfallen und haben gesagt, give me all your money oder wir werden beschütten sie mit Himbeersirup. Und die haben alle? Nein. Nein. Annähernd? Wir verwüsten ihr Lokal mit Pickerton. Und zügen sie an? Schutzgelder. Die Mafia macht nämlich auch, das war sie so. In der Mafia muss der Anschlag, du gehst zu jemandem hin und sagst, wissen Sie, das ist eine gefährliche Gegend, brauchen Sie keinen Schutz. Nein, dann verpicken Sie das Türschloss mit ... also mit Sirup eigentlich. Nein, 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 nein. Dass man noch einmal hingeht und sagt, wir haben gehört, bei Ihnen ist das Sirup, wer die Tür verpickt, brauchen Sie nicht doch einen Schutz? Und wenn Sie dann wieder nachsagen, ziehen Sie das Geschäft an. Okay. Also das ist die Warnung sozusagen. Ich glaube, die haben den Sirup bei den Autos in den Tank geleert. Damals in den 70ern des 19. Jahrhunderts. Und du hast recht, Stefan. Nein, Entschuldigung, nein. Und deswegen ist damals in Neujahr kein einziges Auto mehr gefahren. Nein, ich habe es nicht mitgedacht, aber das ist etwas, was ich gerne einmal machen würde. Wahrscheinlich. Der Banküberfall hat mir gut gehört. Wir gehen weg von der Bank. Gehen wir zu einem kleinen Laden, den man ja auch ganz gerne überfällt. Ja. Wir gehen davon aus, die Molasses Gang hat also Läden überfallen. Rot. Die Waffe war der Sirup. Wenn man so möchte, ja. Und Sie haben es am Boden ausgeschritten und alle sind ausgerutscht und haben nicht ins ... Haben Sirup ausgerutscht? Man müsste sich das jetzt so vorstellen. Also das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt ein Hut, ja? Ja. Also wir haben damals Hüte getragen. So gut, dann ist also einer reingegangen, ganz aufgeregt und gesagt, Entschuldigen Sie bitte. Also das musst du jetzt alles auf Englisch vorstellen. Entschuldigen Sie bitte, aber ... Excuse me please. Ja, excuse me. Bis jetzt kann ich was furchten. Ich habe gerade eine Wette laufen. Ich habe behauptet, da passt mehr Sirup rein in diesen Hut. Ich habe mit meinem Freund draußen gewettet. Können Sie mir bitte das Sirup reinfüllen? Er hat ihm den Sirup bezahlt. Der Ladenbesitzer hat den Hut vollgefüllt mit Sirup. Eine Flasche, zwei Flaschen, wo es halt eine gange ist. Dann hat er gesagt, sehen Sie, jetzt habe ich die Wette gewonnen. Dann hat er dem Ladenbesitzer den Hut aufgesetzt. Der war so irritiert, geschockt und beschäftigt. Währenddessen haben die anderen den Laden geplündert und sind wieder abgezogen. Großartig. Das war die Sirup-Bande. Das ist in meinen Augen nicht einmal ein Verbrechen. Oder? Herrlich. Wow! Rechtzeitig. Sehr geehrte. Aber Sie sind ja... Ich möchte mir vor, wie machst du deine Anzeige? Gehst du zur Polizei und sagst, hört sie folgendes. Der ist eine Kuhmann. Der hat er mir einen Hut mit einem Opfessirup aufgesetzt. Dann sind sie eine Freundkummmann. Genau. Sie können ruhig leggen. Sie können ruhig leggen. Lass dich bitte. Aktivverleidigung. Sie erinnert ihr euch, jetzt, wo ihr die Antwort kennst. Erinnert sie euch? Nein. Noch nie gehört? Nein, Peter an die Band, noch nie gehört. Das Problem ist, unsere Redaktion und unser Autor kriegen gerade den kalten Schweißausbruch. Sie hätten sich jetzt 15 nicht so eine Mühe machen, immer neue Fragen zu suchen. Das ist der Testlauf für die nächsten 500 Folgen. In der nächsten Sendung, nach der Sendung war es schon nimmer. Wir haben eine Halbwertszeit von maximal zwei Wochen, oder? Da gab es Nachahmungen von dieser Sirup-Bande im Südburgenland. Die sind Uhudler. Die haben einen Strohhut genommen, hat nicht funktioniert. Jetzt möchte ich es wissen. Nachdem ihr euch überhaupt nicht mehr daran erinnern könnt. Aus derselben Sendung, wo wir, Eva und Victor dabei waren. Aus derselben Sendung. Was ist ein Erleichterungsloch? Aber Sie können sich auch nicht mehr erinnern. Ich habe damals als erstes gesagt, Blummsklo, habe ich als erstes gesagt. Ich habe Sie ja pudern gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher. Wie oft habe ich eigentlich pudern gesagt? Gibt's da eine Statistik? Wir haben Sie doch nicht ausgewertet. Piep, 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 piep. Vielleicht beim Schlüssel. Wenn jemand getrunken nach Hause kommt und dann gibt's ein Erleichterungsloch, das ein bisschen größer ist als das Schlüsselloch selber. Da kommt er leichter rein und drinnen ist das kleine Schlüsselloch und kann gut aufstehen. Aber wer, wer sollte das kaufen? Wer geht zum Ikea? Wer, wer? Entschuldigung. Wo gibt's das zu kaufen? Aber bitte, wir müssen eine neue Kategorie machen. Was ist noch zu erfinden? Das ist doch ein super Film. Eines besoffen Film. Ich bin normalerweise trocken und trinke nicht so viel. Aber gelegentlich komme ich nach Hause und finde nicht das Schlüsselloch. Haben Sie ein Erleichterungsloch? Haben Sie ein größeres Loch? Ja! 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 Aber weißt was? Und dann sagt der Besitzer, nein, lass uns einfach offen. Sperren Sie nicht zu. Entschuldige. Jetzt war der Erleichterungsloch bei der Nase. Aber deine Stimme wird von Minute zu Minute lustiger. Bleib noch ein paar Minuten, bitte. Bei der Hose vielleicht, wenn die Hose zu eng wird. Ah! Dass es noch ein weiteres Hosenloch gibt, wo man sagt ... Das war's doch! Beim Gürtel! Ein Hosenloch? Beim Gürtel! Nein, beim Gürtel! Du hast Hosenloch gesagt! Nein! Gürtelloch! Gürtelloch! Nein, nicht Gürtelloch! Ich hab eine Hose mit Loch! Ach so! Das ist rein Knopfloch! Knopfloch! Meine Hose hat prinzipiell einmal drei Löcher. Eins oben, zwei unten. Wenn du jetzt mit einer Laubsäge einen Luftröhrenschnitt machst, dann ... Nein! Das haben wir den Druck draußen sehen. Aber vielleicht wirklich? Wie heißt denn das, wenn man in die Luftröhre reinschneidet? Kann ich bei mir bitte? Luftröhrenschnitt! Ah ja, danke! Manchmal kann es so einfach sein! Tricky, tricky! Der war schön gewesen, wenn es das Erleichterungsloch gewesen wäre! Oder ein Flugzeug, ein Ballon oder irgendwas, wo man was abwerfen muss, damit sich die Sache erleichtert. Ein Ding! Eine Flugzeugtalette? Das sind schon geschlossene Systeme, soweit ich weiß. Die Zeiten sind vorbei. Auch im Zug. Das landet nicht mehr auf den Kreisen. Welches Jahr war das? Das war dieselbe Sendung wie vorher. Das war vor 14 Jahren. Das war ein Jahr, ein Jahr ... 2005. War da diese politische Correctness schon so in? Weil sonst war das politisch korrekt für ein anderes Wort. Du bist ein Erleichterungsloch. Was? Ohrschloch bist du. Ohrschloch bist du. Ohrschloch! Ohrschloch! Politisch korrekt für Ohrschloch! Weißt du? Warte, ich zeig euch das Auflösungsbild. Bitte! Das hab ich euch damals auch gezeigt. Ich hab's nie gesehen! Der Schiffsbau! Das sind diese runden oder ovalen Löcher, die in Trägerstege oder Platten geschnitten werden, um das Gewicht des Schiffs zu reduzieren. Erleichterungslöcher! Ah, aber jetzt weiß ich's wieder. Da läuft etwas bei mir. Na, besser! Das freut! Das waren die Erleichterungslöcher. Bravo! Bravo! Das kann ich mir erinnern. Das kann ich mir erinnern. Das ging der Woche. Die erfolgreichste Rubrik, die wir in dieser Sendung kreiert haben. Und das ist auch der Punkt gewesen, wo sich was gibt es Neues von anderen Sendungen dieses Formats abgehoben hat. In Sendung Nummer 4 gab's das erste Team vom Lachzieher. Naja, weil, wo willst du das sonst noch machen? Bei den Nachrichten! Zip 2! Nein, nein! Zip 2! Zip 2 der Armin Wolf! Ja, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt auch nicht, wer das könnte... Herr Kittel, ich hab ein Ding der Woche für Sie! Können Sie es identifizieren? Es gibt doch verschiedene Formate. Man hat uns ja damals 2004 vorgeworfen, wir würden das aus Deutschland importieren. Aber die hatten kein Ding der Woche, haben sie bis heute noch nicht. In Sendung Nummer 4 gab's das erste... Bei den Schars haben alles wir! Ja, ja. Ab Sendung Nummer 8 war es dann ein unverzichtbarer Fixpunkt in jeder Folge und hat für wirklich sehr viel Erheiterung gesagt. Schauen wir mal zurück auf 15 Jahre Ding der Woche. Okay. Ich freu mich sehr auf meine Lieblingsrubrik. Tag! Das Ding der Woche. Das ist Plastik, mehrschichtig verleumtes Holz, Blech. Wahnsinnig silvers. Das ist eine rosa, das grün ist sich dabei jeder. Ich hab schon wieder die Befürchtung, du kannst das brauchen, Oli. Ja, das ist leider vollkommen richtig. Naja. Ich hab's jetzt schon geliebt. Von den 3820 Dingen der Woche, die wir bis jetzt hatten, hast du bei 1325 gesagt, ich nehme. Wenn ich dieses Ding der Woche vor 38 Jahren gehabt hätte, dann hätte ich mir eine dramatische Kindheitserfahrung erspart. Penisverlängerung. Du machst das dann halt auf, das haben wir nicht gesehen, wie das geht. Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen. Meine Damen und Herren, das Klump hatte der Woche. Das gefällt uns nicht, Oliver. Achzeptier's doch einfach. Das ist scheiße. Das ist ein geniales Ding der Woche. Das ist genial. Ich hab Durst. Hallo. Ich schieß in dir vor den Latz. Backen. Das nennt man Spaß für die ganze Familie. Ich muss jetzt rebeln. Backen Sie eine typische Handbewegung. Das ist so leppig. Das ist großartig. Nein. Drehen. Drehen. So hebel ich, Mann. Ja. 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 Einen Orangenpresse. Und dann kann man's bequem aufbischen. Ganz bequem aufbischen. Von der, hast Du kennspunkt. Na, ich glaube, der Einsender hat uns das aus seinem Betrieb geschickt. Weißt du, wo du dir das ausgedrückt hast? An der Spitze einer Schweinebesamungsanleitung. Ich gratuliere dir, Richard. Oh. Würde ich es brauchen, würde ich es nehmen. Na, los! Na, zeig dir, ist er doch eher. Ja, Monserland. Na, bitte! Geht doch! Die sind aber schön und die kauf ich jetzt. Verstehst du? Ein Ohrlöffel. Der Oliver kann alles tragen. Mach ich es trotzdem noch mal auf. Ja, mach es noch mal auf. Aber pass auf, die Kugeln sind wirklich heimtückisch. Ja, das sind so ... Wenn dir die davonlaufen, dann hab ich ... Ach, das ist so weinig. Ah! Ich hab's kostenlos! Das ist genau die Katastrophe, die ich vermeiden wollte. Jetzt hat unsere Art gegeben. Danke, das war's. Die Sendung ist hin. Schalten Sie ab, gehen Sie rüber, ORF 2. Jetzt bist du eine Strebser. Da kommt das Ding der Woche zum Planen. Hier, alle da. Da, bitteschön, da ist der Schuh. Dann Schuhläufung hinein. Schuhläufung hinein. Gehört. 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 Habt ihr das g'sehen? Habt ihr das g'sehen? Geh mal, komm, das ist ... Das ist das lächerlichste Ding der Woche, das ich je g'sehen hab. Sie haben den Schuh und dann fahren Sie da rein ... Du kannst uns den Schuh auch aufblassen! Das ist super! Das sind Dinge der Woche, die die Welt braucht. Wahnsinn! 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 Ich meine, es ist natürlich jetzt wahnsinnig schwer, nach diesem Zusammenschnitt jetzt irgendwie das noch zu toppen, aber vielleicht schafft sie es. Das ist eine Sensation! Bitte! Das aktuelle Ding der Woche. Ja, das haben wir noch nie in einer Sendung gehabt, das ist wirklich neu. Also das ist halt das Erste, was wir neu fragen. Ah, bitteschön. Insert. Und dann zeig ich Ihnen mal kurz, wozu es dient. Ja. Mhm. Ja. Und dann, Victor, schau mal, was dabei rauskommt. Okay. Es ist kein Schweinebesamungsgerät. Dann kann es ja in den Mund nehmen. Who knows? Es ist von der Firma Leo. Was immer das zu bedeuten hat. Leo. Der Löbe. Der Löbe. Das ist, wenn ein Löbe in der Nacht spazieren geht, das ist reflektierend. Das ist so eine Stirnlampe für Löben, die in der Nacht in der Stadt spazieren gehen. Oder auch am Land. Ich will ja ... Nein, man soll die jetzt in Zeiten ... Und wer setzt das dem Löben auf? Die Löbin! 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 Hat ja einen Hetzverschluss. Das ist leicht. Das kann ... Leo, halt still! Und dann ... Spier mal den Löbin! Spier mal den Löbin! Spier mal den Löbin! Wo kann man das hin? Man kann es wahrscheinlich über den Kopf geben, oder? Ja. Stirn? Sicher, sicher. Vielleicht in engen Räumen. Ein schönes Party-Accessoire. Wenn du im Stehen einschläfst ... Und das ... Ja. Genau. Das wird weh, du! Oder wenn man vielleicht ... Wenn man ein Kreativer, ein Autor, gerne FKK-Urlaub macht, und man irgendwo den Kuli hingeben kann. Nein, aber du schaust irgendwie ein bissel aus wie der Herr Doktor. Herr Doktor, ich hab so Schmerzen. Weißt du, das hat irgendwie cool ausgeschaut. Machen Sie sich frei, der Herr Doktor kommt. Ja. Legen Sie die Kleider einfach über meine. Ja. Kann man ... Oh Gott! Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Was machst du jetzt? Ja. Was machst du jetzt? Machst du jetzt? Ja, nix mehr. Ach so. Sonst gibt's mir, kannst du erklären. Da ist noch so eine Ritze. Man kann's nicht aufmachen, gell? Nein, das ist nicht dafür geeignet. Nein, das ist tatsächlich so, wie es der Viktor ... Aber es ist nicht reflektierend, dieser ... Ich glaub nicht, dass es viel nachdenkt. Könnte das sein, weil es ist mit Klettverschluss. Das heißt, es muss größenverstellbar sein. Man kann's aufs Bein, glaub ich, auch. Ja. Ja, man kann's aufs Bein. Wenn du dicke Oberschenkel hast, damit die nicht aneinander reiben ... Die du ja nicht hast. Ah, geh an. Da will man sich nicht den Wolf dann. Genau. Der Wolf. Der Anti-Wolf. 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 Nein. Ja? Nein. Nein. Aber du hast es schon ... Aber man kann es dort tatsächlich anbringen. Und dadurch ist es auch wirklich größenverstellbar. Aber es liegt nicht dazu, um nicht den Anti-Wolf dann ... Okay. Aber ich würd's am Oberschenkel anbringen. Ja, bitte. Aber du hast da hinten ein Ballkleid an. Soll ich das machen? Ich mach's gern. Zeig's du vor. Also bei dir. Na mach mal. Du kannst es wirklich gerne ... Es ist dafür gedacht. Ist das für den Oberschenkel? Auch. Auch. Ich kann es bei mir oder beim Stieperl anlegen. Da würd ich's, glaub ich, da machst du's selten. Eher bei der Eva. Bei der Gurge. Ach so. Entschuldige. Zum Knien. Aber nur, man bringt's am menschlichen Körper an. Ja. Definitiv. Thomas. Warte mal. Wo bringst du's denn jetzt an? Ich probier's am Knie. Ich hab meinen menschlichen Körper schon lange mehr angebracht. Wenn's der Bub vom Andreas Kabalier bist und Scheitelkniern musst ... Oh, oh, das wird kaputt. Tut's mehr weh oder zweit? Ich glaub, das wird kaputt. Weinst du was spachtelst? Tut's mehr weh oder weniger weh? Wie spachtelst du? Na ja, so halt. Es kommt drauf an, was man spachteln. Ja, also ... Du hast einmal den Oberschenkel. Oberschenkel, ja. Ja, genau so wird's jetzt angebracht. Ich glaub, ich hab eine Idee. Aber damit das Messer besser holt. Wofür brauchst du denn dann ... Ich hab eine Drogendealer triffst. Ach so, das ist ja ein doofer Stöber. Ja. Ja. Gut erkannt. Aber du sagst mir noch nicht, wofür es ist. Nein, es ist ... Aber ich mein ... Freibes Teil nicht so lange runter. Dass du das erkannt hast, ist super. So in Schlafzimmer kommst. Nein. Nein, ja. Das kann man zum Verführen nehmen. Das tust du da her und sagst ... Nein, nein, nein. Warte mal, schau nicht. Für Menschen, die sehr schnell blaue Flecken kriegen. Land'n einmal am ehm ... ja. Weiß ich ... Wenn's im Plenar so im Parlament zehn Stunden hucken musst ... Ah ja. Oder für den Mann vom Welt, wenn er so wie du auf Marschallt in der Bar geht, das ist einfach cool. Oder wenn's sein Computer oder irgendwas da abstellen muss, damit die Kante nicht so wegkommt. Aber jetzt mal was anderes. Was ist, wenn du's dir um den Oberarm gibst? Also, ich hab eine Idee. Ja, sag mal. Jetzt gibt es sich's um den Oberarm. Wie erklärst du mir jetzt die Funktionsweise des Dings der Woche mit dem Abstützen, wenn du's da oben hast? Warte, das haben wir gleich. Das ist ein Blutdruckmesser. Oder es ist doch auf der ... Ein Blutdruckmesser für Hypochonder. Oder es ist doch da ... Da schreibt man hinten auf mit dem Füllstift 120 80, damit der Ruhe gibt. Und Leo. Vielleicht ist es doch auf der Stirn. Es ist ja türkis. Moment. Das ist vielleicht für den Sebastian Kurz. Das ist ein Sebastian Kurz. Alter, ich pack's nicht, Buffer. Immer, wenn bei der FPÖ jemand dann ... Bip! Dann sagt der, na geht, die Schleicht, der Herr. Und weil das so oft passiert ... Ja, da geht ... Komm! Na geht. Ja. Weißt du's? Weißt du's? Weiß ich was? Ob du weißt, was es ist? Nein. Wolltest du nur wegnehmen? Nein. Nein. Bei Tauchen ist es nicht. Was willst du machen? Oder für moderne Piraten. Bitte. Wir machen mir den modernen Piraten. Ja, eins über ein Auge drüber. Den modernen Piraten, bitte. Aber modern ... Na ja, klar ist modern. Na ich weiß was, was da drauf ist. Na ja, ich weiß was drauf. Ich weiß was drauf. Ich weiß es was drauf. Ich weiß was drauf. Was ist das da? Das war auf mir drauf. Aber was ist das da? Ein Löwe vielleicht ist doch im Tiergarten. Nein, am menschlichen Schraubhaben. Was machst du im Tiergarten damit? Naja, um einen Oberschenkelschnall. Von den Löwen? Aber ich glaub, Uli, der Löwe beißt's durch. Glaubst echt? Ja, aber der Löwe mag dieses Türkis-Altrosa nicht. Das ist eine totale ... Meinst du jetzt mich? Löwe. Nein, das Teil. Aber es schützt, es hat irgendwas ... Protektion muss es ... Nein, hat es nicht. Wie glaubst du, hat das sonst in die Sendung geschaut? Es muss Protektion haben. Ich weiß, was er ... Das ist ein Cousin vom Wrabetz. Vom Leo. Der Leo, der Cousin vom Wrabetz. Aber das ist ja so weit und gibt nach. Das ist der Wrabetz auch. Ich muss mich korrigieren. Das war nicht unsere 500-Seite. Das war unsere letzte Saison. Vom Leo, packschne weg! Wieder schon. Ach Gott, Juni. Du selber verwendest das. Ihr habt das schon richtig verwendet. Am Oberschenkel oder da. Ich verwende es im Moment. Du verwendest das nur, wenn du das brauchst. Wann brauch ich's? Um Mikrofone anzuklippen, also die Sender. Was ist das da? Das ist das sinnvollste Ding der Woche. Wir haben uns das für die 500. Sendung ... Sehr sexy. Ich bin so ein Schmallpickter, mir passt es nicht. Das haben wir immer gewusst, dass da Nih und ich stärker Baut sind. Ich kann das nicht anbringen. Also angenommen, ich möchte mir einen Trobosespritzen setzen. Nee, das möchte ich nicht. Aber du musst vielleicht Insulin spritzen. Du hast dir noch nie eine Spritze gesetzt, weil du immer zum Arzt gegangen bist. Dann sticht man da rein? Nein, das nutzt ich nicht. Du musst üben, wie setzt du dir eine Injektion. Und dafür gibt es die Nih und 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 die Nih. Das ist dieses Ding der Woche. Es ist ein Injektionstrainer, damit du dich nicht mal so testreise selber unnötig stechen musst. Dass du das Gefühl bekommst, wie du reinstehst, in welchen Winkel ... Ich hab mir immer da mit dem Gürtel den Oberarm abgeholt und hab dann so ... ... das ist ein Testo mit dem Zeh auch. Das ist ein Testo mit dem Zeh auch. Das ist ein Testo mit dem Zeh auch. Früher. Früher. Der Music-In. Ein Injektionstrainer. Ich glaube, das kommt in der Drogenszene sehr gut an, wenn alle... Aber die üben noch ein bisschen. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir haben dieses Ding zugeschickt bekommen von Herrn Doktor Thomas Erhardt aus Weidhofen an der Teier. Moment, ich möchte noch was dazu sagen. Er wünscht sich ausdrücklich, dass der Büchergutschein dem Verein Ärzte ohne Grenzen zugutekommen möge. Achtung, es ist nämlich so großartig, dass wir zur Feier des Tages gesagt haben, Na, dann verdoppeln wir. Dankeschön, Doktor Thomas Erhardt aus Weidhofen an der Teier. Hätten wir drauf kommen können. So, jetzt haben wir fast alle Rubriken durch. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir immer, Sie werden es wissen, die Promifrage. Und in diesen letzten 15 Jahren haben uns ganz, ganz viele österreichische Prominente durch diese Sendung begleitet. Schauen wir mal zurück. Guten Abend, liebe Strate-Team. Sehr verehrte Zuschauer von Was gibt es Neues? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Late-Night-Lustige. Hoch verehrtes Publikum, liebe Kinder, hereinspaziert. Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Apropos. Jetzt zu den wichtigeren Dingen im Leben. Ich habe jetzt eine Frage. Tausende Österreicherinnen und Österreicher haben an diesem großen Ereignis mitgewirkt. Ich freue mich da schon sehr drauf. Es geht in der Frage auch um eine Maus. Das Ganze hat natürlich einen sehr interessanten Hintergrund. Wir schauen uns das natürlich auch im Fernsehen an. In unserem Fall kommt ja nur der Horror-Filmaspekt dazu. Und jetzt bitte ich die Kollegen Vorsicht bei euren Assoziationen. Daher Frage. Wer von uns ist Stehrmann und wer ist Christi Mann? Das muss doch irgendjemand wissen. Weiter. Hier kann man mir nicht weiterhelfen. Darf ich daher die Frage an euch weitergeben? Ja, danke schön. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler, die uns 15 Jahre lang nicht ihren Fragen unterstützt haben. Und jetzt ist es natürlich schwer. Für die 500. ist es natürlich schwer. Wenn man schon die gesamten Spitzen hatte, der österreichischen Kunstszene und sonst was Szene. Wer kommt jetzt der Elvis? Wer kommt jetzt? Jetzt mussten wir natürlich ganz an die Spitze. Jetzt mussten wir an die Staatsspitze. Und es ist mir eine wirklich große Ehre und Freude, den Bundespräsidenten persönlich für unsere 500. Ausgabe um die Promifrage zu bitten. Als erstes einmal eine ganz herzliche Gratulation zum runden Geburtstag sozusagen dieser Sendung. Wenn eine Sendung über so viele Jahre läuft und sich so großer Beliebtheit erfreut bei den Zusehern und Zuseherinnen, dann muss man schon sehr viel richtig machen. Also ich gratuliere. Meine Frage heute ist eine angemessen präsidentielle. Nämlich ein amerikanischer Präsident, nicht der aktuelle, sondern Präsident John F. Kennedy, hatte auf seinem Schreibtisch eine Kokosnuss liegen. Eine Kokosnuss. Wisst ihr warum? Zu welchem Zweck? Wozu? Das ist übrigens auch eine Frage, die wir in noch keiner Sendung hatten. Das heißt, ihr startet jetzt unter gleichen Bedingungen. Okay? Und der Stipschitz kriegt einen Nervenzusammentwurf. Weil du's weißt? Nein, ich hab das schon einmal gehört. Aber vor allem die Frage ist endlich beantwortet. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? John F. Kennedy, John F. Kennedy hat die Kokosnuss gekauft. Oh Gott! Ziemmer daneben war ja die Jacky. 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 Und die Kinder. Und die Jacky war ja noch viel ehrgeiziger als der ganze Kennedy-Klang. Und hat immer überprüfen wollen, ob er eh arbeitet. Sagt er, du brauchst nicht dauernd reinschauen, komm und ins Büro. Ich arbeite wirklich die ganze Zeit. Und er hat regelmäßig mit der Kokosnuss so gemacht, damit sie glaubt, dass ihr Dokumente abstempelt. Aber eine Frage, hat sie geglaubt, dass ihr bei der Post-Arbeit? Danke. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da gibt's auch den berühmten Film-Präsidenten, der Kokosnuss. Der hat den Präsidenten... Hast du die Rede, da hab ich's nicht gesehen? Ich bin ein Postler, hast du nicht gesehen? Ich bin ein Postler, genau. Aber manche haben ja so Memo-Wände mit so PIN. So, wie heißt das, Post-Its, damit sie nicht vergessen, was sie tun müssen. Er hat die Kokosnuss gehabt, damit er nicht vergisst, ah, Kuba-Krise. Ah, Kuba-Krise! Entschuldigung. Geht schon los mit der Vermischung. Das ist ja später rausgekommen, so massive Rückenprobleme. Vielleicht hat er die Kokosnuss verwendet, um Trigger-Punkte für Trigger-Punkte. Ja, dann nimmt man aber auch einen Tennisball, deshalb hat er die Rückenprobleme gehabt. Ach so. Die Rückenprobleme haben ihm eigentlich das Leben gekostet. Weil er so ein Porsett getragen hat. Ja, Porsett! Und bei den Atem, da kommt er sich nicht wieder so... Oh my God! Genau, ja. Und er war ja Spitzensportler so einer Zeit. Er war ja der amerikanische Meister im Seitensprung. Ja. Aber, wie ihn unter anderem natürlich diese Rückenprobleme das Leben gekostet haben, hat diese Kokosnuss einst John F. Kennedy das Leben gerettet. Weil er sie beim Schuss irgendwie beim Ersten dort so hingehalten hat. Ich glaube nicht, dass die Kokosnuss so massiv ist. Na, vielleicht am Teil und Bogen. Aber man sagt ja, es werden mehr Leute von einer Kokosnuss erschlagen, als von einem Hai angegriffen. Das ist richtig, ja. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr. Ja. Vielleicht wurde er von einem Hai angegriffen und der wurde von einer Kokosnuss erschlagen. Toll, das ist toll. Da war es ja der Bauch. Ja. Das ist toll. Schöne Geschichte, aber... Sie hat ihm wirklich das Leben gerettet, die Kokosnuss? Sie hat ihm das Leben gerettet, ja. Ja, vielleicht ist die Kokosnuss runtergefallen vor ihm und da war eine Schlange und die ist weg und wer die Kokosnuss vorher... Und hat sie den Security Agent gedötet und er sagt, Mark, das war jetzt aber wirklich knapp. Er hat ja nicht so einen Segelunfall bekommen. Vielleicht hätte es mich bei einem Segelunfall... Äh, 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 äh... Oder war das der Kate Stevens? Was wolltest du denn sagen? Knapp daneben. Der John Denver ist gut, oder? Der John Denver ist gut. Also ich gebe jetzt noch eine, er hat, also die Kokosnuss hat nicht so quasi von sich aus ihm das Leben gerettet, indem sie im richtigen Moment irgendwo runtergefallen ist und irgendwo gedrückt hat, was für eine Bedrohung für ihn gewesen wäre, sondern er hat mit der Kokosnuss etwas gemacht, was ihm in weiterer Folge das Leben gerettet hat. Ein Fenster eingeschlagen, damit er flüchten konnte, flüchten konnte. Weil? Weil der Ehemann von der... Nein, weil das ist nicht gekannt. Der gehörte Ehemann von der Frau, die er gerade... Aber welches Fenster auf dieser Welt kannst du nur mit einer Kokosnuss einschlagen? Ich hab's noch nicht probiert. Er ist in einem Löwen angegriffen worden. Löwen. Löwen. Und hat mit der Kokosnuss dem Löwen Sorne auf die Vordasche, auf die Stirn geschaut. Der ist unmächtig, unmächtig geworden. Ja. Und wo ist das passiert? Hinterstirn. Im Weißen Haus nehmen wir mal ein Nicht. Nicht im Weißen Haus? Zu. Im Zoo vom Weißen Haus. Er war irgendwo auf Staatsbesuch. Zu vom Weißen Haus, wo jetzt der Orangutta ist. Er hat ein Fenster eingeschlagen. Wenn du so ein Gesicht machst, hat John F. Kennedy ein Fenster eingeschlagen. Du machst immer so ein Gesicht, wenn John F. Kennedy. Und vor allem nicht mit der Kokosnuss. Ist es richtig an ein Fenster eingeschlagen? Mit einer Kokosnuss. Es kann sein, dass John F. Kennedy ein Fenster eingeschlagen hat, aber ... Warum? ... nicht mit einer Kokosnuss. Und vor allem nicht mit der Kokosnuss. Okay. Oh nein. Oh nein. Ah so. Okay. Ah nein. Ah so. Ich wei ... Mit der Mafia hat's was mit der Mafia zu tun, weil eigentlich Sam Giancarna hat doch, Sam Giancarna, Momo Giancarna, war der beste Freund von Frank Sinatra. Ja. Und der Frank Sinatra ist zum Sam Giancarna gegangen und hat gesagt, bitte schaut's, dass der Kennedy Präsident wird, dafür lassen die euch in Ruhe. Und der Robert Kennedy hat ja das dann gebrochen. Gut, kurze Frage. Wo ist die Kokosnuss? Ich habe mir die ersten Teilen überlegt, jetzt sind die auch die Kokosnuss. Ich habe mir gedacht, jetzt bieten es da irgendwo. Geil, ich habe es nicht. Dann erlöse ich euch, oder besser gesagt, unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen, erlöst uns und verrät uns, wie eine Kokosnuss John F. Kennedy seinerzeit eben gerettet hat. Der Hintergrund dieser Geschichte ist der folgende. Krieg 1943. Kennedy ist Mitglied eines Schnellboots. Das Boot geht unter, aber er kann sich mit einigen Kameraden verletzt an Land retten. Wo ist die Kokosnuss? Er nimmt eine Kokosnuss, ritzt einen Hilferuf ein und bittet zwei Einheimische, diese Kokosnuss zur nächsten Militärbasis zu bringen. Und der Plan geht auf. Er und seine Kameraden wurden gerettet. Dann hat er nachher, als er Präsident war, diese Kokosnuss konservieren lassen und sie zur Erinnerung auf seinem Schreibtisch platziert. Zur Erinnerung an den Krieg, an den gewonnenen Krieg und das Erlebnis, an die Hilfe der Einheimischen. Toi, toi, toi für die nächsten 500 Sendungen. Dankeschön, 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 Bundespräsident Alexander von der Bellen. Das war jetzt ein Staatsauftrag, ein Auftrag von der Staatsspitze. Auf die nächsten Sendung. Ich erinnere mich. Du erinnerst mich? Jetzt? Ja, wie sagt er? Und die beiden Einheimischen, der eine geheißen Freitag und der andere Herbert. Die die da losgeschickt hat, ja. Jetzt kenn ich die Geschichte wieder. Danke für diese wunderschöne Sendung. Sehr gerne, wir kriegen gezahlt dafür, du musst dich. Danke auch für die 499 Folgen davor. Ihr seid ein großartiges Ratteteam und das gilt nicht nur für euch fünf, die heute hier sitzen, sondern für alle, die hier schon an diesem Tisch gesessen sind. Danke an Sie hier im Saal, bei Ihnen zu Hause. Jetzt das große Finale. Wer wird getortet? Wer wird getortet? Ist die echt, das schaut aus. Nee, ist die total echt. Normalerweise haben wir dann immer ein Feuerwerk. Wir haben uns gedacht, heuer, zum 500. machen wir selber das Feuerwerk. Wir müssen selber brennen. Wir brennen sie. Ihr seid instruiert worden, wie das geht. Wir sind instruiert worden. Wir wollen nämlich, wir wollen nämlich, wir wollen nämlich, wir wollen einmal nämlich die Leute mit dem Feuerwerk beglücken, die es auch wirklich verdienen. Keine Bange. Nein, keine Bange. So, in diesem Sinne, danke für Ihre Treue, danke für 500 Folgen. Auf die nächsten. Zählst du ein? Ja, Achtung. Ein. Deine Familie. Ja. 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 Woh, ja. Woh, ja. Genau. Vielen Dank.